Hier steht Mamas Orangenmarmelade. Und warum braucht Mama Orangenmarmelade? Die isst sie nun mal am liebsten. Und warum? Weiß ich nicht. Und warum weißt du das nicht? Ella, lass uns jetzt bezahlen. Aber warum weißt du das nicht? Guten Tag, gegen Gut Glück. Heute mit den beiden Kleinen unterwegs? Ja, man hilft, wo man kann. Ich will jetzt wissen, warum du das nicht weißt. Geht das vielleicht etwas schneller? Das ist ungesund, Herr Gut Glück.